Zeit hatten wir, hinten raus aus der Kombination, bei ungefähr 26, 27 Sekunden. Gefühlt ist der jetzt auf jeden Fall schon mal schneller, 21, 22, 23, gefühlt ist der schon mal deutlich schneller, der war jetzt schon bei 24, 25 Sekunden in dieser Zwischenzeit. So, und es bis daher nach wie vor immer noch vogelfrei, aufpassen jetzt hier mit den ganz weißen Stangen in diesem Steil, den Sprung gab es vorher noch nicht, dann so ein bisschen Innenbahn sich halten, trotzdem rechtzeitig die Aufmerksamkeit auf den letzten, besser geht es nicht, eine unglaublich starke Runde beschert uns Daniel Döser, das wird garantiert, Peter Friedrichsen uns ebenso attestieren, zelebrierter Reitsport, meine Damen und Herren, schöner geht es nicht, mit so viel Harmonie, dieser Spitzensport, das muss man einfach sagen.